So, moin Leute, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, FIFA fällt, oh Gott, man sieht mein ganzes Zimmer. Nee, soll man gar nicht. FIFA fällt heute aus, und zwar auch jeden Sonntag. Deswegen hier nochmal so eine kleine Info für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. FIFA fällt aus, also stellt euch darauf ein und, oh Gott, zu weit rechts. Und wir sehen uns dann Montag in der neuen Folge FIFA wieder. Bis dahin, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Dauch. Ich habe hier gerade mit Rambler noch aufgenommen, die Folge kommt bald, eine kleine Special-Folge. Und dann sehen wir uns morgen in der neuen Folge FIFA. Bis dahin, Freunde, traumhaften Tag, haut rein. Tschüss.